Hi Leute! Nachdem meine alte Kamera kaputt war und ich mir jetzt eine neue geholt habe, wollte ich die gleich mal testen. Das ist echt schön. Die Blätter fallen hier langsam. Und man sieht schon immer mehr. Rote herbstliche Blätter. Herbst ist echt eine schöne Jahreszeit, finde ich. Und ich mag die Jahreszeit noch unglaublich. Schaut euch die Blätter mal an. Bei der Gelegenheit wollte ich euch nämlich auch gleich dazu einladen, zum Herbstfasten, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt. Am 11. bis 18. November machen wir gemeinsames Fasten. Es sind acht gemeinsame Tage und drei Tage davon Fasten plus Auf- und Abbautage, Entlastungstage. Und wenn ihr da noch Lust habt, gemeinsam eine schöne Zeit in der Rhön zu verbringen, dann könnt ihr einfach, ich verlinke es auch mal drunter, dann könnt ihr euch einfach melden, mir eine E-Mail schreiben, euch anmelden. Und Frühbücherpreis ist noch bis nächste Woche. Bis zum 15. Oktober gibt es noch einen Frühbücherpreis. Fällt bei dem Schiff vorbei. Ich bin hier am Main. Genau. Ja, aber ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne herbstliche Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.